Lassen wir mal alle herhören. Hallo. Hier wegen dem Mobbing vom Ernie. Das geht natürlich nicht. Ich hoffe, das ist klar geworden. Ja? Danke. Ja, guck mal Ernie. Sehr lustig. Ernie aus der Sesamstraße. Ernie und Ernie. Hast du, ich wollte ja noch ins Büro. Führungsqualitäten würde ich in erster Linie sagen, Flexibilität. Ja. Als Chef musst du wie ein Chamäleon, musst du eigentlich besser sein als ein Chamäleon. Nicht nur die Hautfarbe wechseln, sondern dich bei Bedarf in ein komplett neues Tier verwandeln. Chamäleon. Zack. Tiger. Zack. Dackel. Zack.